Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Ich stelle euch jetzt den Canadia TR4 von Adidas vor. Dieser Trail-Schuh ist vor allem für Läufer gut geeignet, die auf Feld-, Forst- oder Waldwegen unterwegs sind. Das atmungsaktive Obermaterial wurde an vielen Stellen durch synthetische Überzüge verstärkt und der Schuh erhält somit nicht nur einen schönen Tragekomfort, sondern auch viel Halt während der Bewegung. Besonders verstärkt ist der Canadia im Zehenbereich. Der Läufer erhält dadurch viel Schutz vor Steinchen und Geröll. Die spezielle Konstruktion der Außensohle im hinteren Bereich ist erwähnenswert. Der Läufer erhält nämlich dadurch besonders viel Grip beim Bergablaufen. Die AdiWare Außensohle ist extrem lange haltbar und das sogenannte Mud Release Surface sorgt dafür, dass wenig Schmutz auf der Sohle haften bleibt. Wer mal komplett abseits vom Asphalt im Wald unterwegs ist und dafür einen robusten und rutschfesten Schuh sucht, für den ist der Adidas Canadia TR4 der richtige. Und diesen Schuh könnt ihr in unseren Runners Point Filialen bekommen oder hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com. 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 www.runnerspoint.com.